So, jetzt brauchen wir nur nochmal wieder eine Möglichkeit, um irgendwo hochzuklettern. Und das machen wir am besten genau hier. Hinter der Tür befindet sich nämlich eine Leiter, okay, schade. Ah, hier ist auch eine Tür. Aber da kommen wir auch nicht durch. Hey, jetzt muss ich wieder genau die Augen aufmachen. Wo sind die Backsteine? Oder hier an irgendeiner Holzsäule? Irgendwas zum Hochklettern? Sieht tatsächlich nicht danach aus. Wir sollen aber da hoch. Moment, können wir das hier hochklettern? Oh, hier sind Rillen drin. Ist aber auch fies manchmal. Mann, Philo, was ist denn? Ja, du bist jetzt wieder ein Nervkopf. Nervkopfilu. Ey. Ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, dass wir uns immer gerade so eben verpassen mit den großen Viechern. Ich glaube nicht, dass das so lange so bleiben wird. Aber wir haben voll wenig Munition. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Boah. Blutfilter. Elena, bist du da? Ja. Ich bin hier, ich kann dich sehen. Verdammt, was tun die Typen da? Anscheinend reißen sie die Status ab und sind gehalten ein. Diese Schraumer hier stehen mittendrauf. Wird schon schief gehen. Genau. Gute Einstellung. Bereit, wenn du's bist. Die wissen direkt, dass ich hier bin? Nein, okay. Ja, das konnt ihr denn nur sehen. Scheiße, ey. Okay. Okay. Oh Gott. Das ist aber jetzt wieder nicht ganz so gut gelaufen, nicht? Ein bisschen vorsichtig sein. Und sind gleich tot. Ja, was soll ich denn machen? Ach, wenn die so direkt auf einen drauf kommen, ey, da hast du doch wenig Chancen. Einmal warten, bis der umdreht. Und jetzt den hier. Wir müssen das versuchen, so lange wie möglich sneaky zu machen. Und wir haben jetzt wieder Munition. Perfekt. So, wo sind die anderen alle, die auf einmal daher kamen? Komm mal da hoch. Ja, da sind jetzt noch Waffen, aber wir haben jetzt gerade Munition komplett voll. Also würde es eigentlich keinen Sinn machen, das jetzt schon mal da hinzulaufen, so. Äh. Komm her. So. Das war schon mal er. Jetzt können wir eigentlich weiter versuchen, sneaky hier vorbeizukommen. Ach, wir haben Munition immer noch nicht voll. Ach so, wir haben doch noch gar nicht Munition voll. Okay, nicht so schlimm. Ja. Wenn sie nicht hingucken. Einmal hier rüberziehen, bitte. Nein, scheiße. Nicht gut. Warum haben sie das mitbekommen? Die haben alle nicht hingeguckt. Oh nö, nicht schon wieder von hier. Äh. Okay. Aber das hat ja bis jetzt hier ganz gut funktioniert. Dauert auch nur eine Minute. Aber dann müssen wir gleich gucken, wie wir das, äh, drüben anders machen. Ob wir auf Ohren oben direkt mit einer Bazooka draufkloppen oder was und uns dann hier Schutz suchen. I don't know. Richtig. Nein. Oh man. Okay. Hat sich erledigt. Ja, ja, ja. Das ist doch scheiße. Boah, wie schnell willst du sterben in dem Spiel? Und die brauchen 500 Schüsse, bis die tot sind. Junge. Alter, ist schon wieder wild jetzt hier die Stelle, ne? Ui, ui, ui. Was machst du nicht? Was mache ich? Was macht Drake? Der sollte an der Leiter stehen bleiben und den Sneaky töten. Was macht er? Er geht einfach hoch und stellt sich in den Hallow. Da bin ich. Voll Idiot. Bis dann. Da konnte ich nix für. So wollte ich das machen, aber er ist irgendwie noch weiter hochgelaufen wie so ein Vollidiot. So. 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 Warum kommt der jetzt auf einmal hier hin? Oh nein. Oh nein. Die gucken jetzt alle hier hin. Please, no. Please, nein. Nein, nein, nein. Ihr müsst weg gucken. Nein. Guck weg, du da. Der da hinten muss weg gucken. Der guckt einfach die ganze Zeit hier hin. Jetzt dreht der sich um, oder was? Mh, 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 mh. Ei, ei, ei. So. Der geht jetzt weg. Gut, der da hinten könnte uns noch sehen, ne? Tja. Ich warte einfach nochmal ein bisschen ab. Vielleicht dreht der sich da hinten auch um. Hier. Das war der richtige Moment. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Nein, warum? Oh Gott. Ja, was sollen wir denn machen, ey? Heilige Scheiße. Wir brauchen... Also, man darf auf jeden Fall nicht erwischt werden. Ansonsten ist man RIP. Man hat da keine Chance, gegen die irgendwie anzukommen. Aber... Ich verstehe noch nicht so ganz, was die von mir wollen. Heilige Scheiße. Wir versuchen das jetzt nochmal so wie gerade. Nur laufen nicht nach vorne, sondern warten mal, bis vielleicht noch einer mal zu uns in die Nähe kommt oder so. Oder soll man eine Panzerfaust mal mitnehmen? I don't know. Ja, nee, nee. Das ist Quatsch. Nee, Panzerfaust ist scheiße, Mann. Ach, keine Ahnung, wie wir das machen sollen. So, ich fand das aber, dass wir den jetzt erstmal hier auch uns snacken, eigentlich nützlich ganz gut. Ach, warum denn? Keine Ahnung. Puh. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Aber vielleicht war das jetzt so ganz gut, dass wir die so getriggert haben. Dass wir die so getriggert haben, aber jetzt erstmal abgehauen sind. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht gewesen. Jetzt können wir vielleicht langsam, aber sicher mal so ein nach dem anderen... Ach, da oben. Okay. Okay. Ah, nee, das ist Elena. Ja, Moment. Ja, Moment. Haben wir getroffen? Nee. Oh, was? Scheiße, ey. Boah. What the fuck, ey? Ja, der ist jetzt abgehauen. Hat gar nichts gebracht. Auch gut. Auch gut. Scheiße. Oh no. Wo ist unsere M4 hin? Ei, 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 ei. Jetzt habe ich die M4 auch noch irgendwo fallen lassen. Da liegt sie. Okay, her damit. Ja, ja, ja. So, den haben wir schon mal. Philo, jetzt mal nicht nerven. Ich muss ja irgendwie mal gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen. Mann, stirbt doch. Wir haben nicht so viele Munition. Da kommen wir nicht hoch. Okay. Komm, sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus, hoffe ich. Glaube ich, denke ich. Da sind noch mehr. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Tja. Ei. Boah. Ich brauche mehr Feuerschutz. Okay, den haben wir. Jawohl. Den müssen wir jetzt auch haben. Jetzt ist noch der da übrig. Oh nein. Von wo? Von da oben. Okay, aber wir haben nicht mehr viel Muni. Wo weit kommen wir nicht, ne? Nein, nicht ganz. Ach, da steht schon wieder einer. Oh nein, 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 nein. Komm, Elena. Ja, haben wir erwischt. Ja, haben wir erwischt. Perfekt. Let's do Arsch. Komm her. Lebt immer noch. Jetzt leg dich hin. Okay. Wir brauchen mehr Munition jetzt erst mal. Ach, da oben schreit der noch rum. Puh. Alter. Ey, pass auf. Nie sterben, please. Keine Lust, das alles normal zu machen. Also, wirklich nicht. Oh nein. Ah. Oh, ich hab mich erschrocken, ey. Das war nur Elena. Ui, ui, ui. Das hat mich echt erschreckt. Puh. Das war auch wieder eine Aufgabe. Alter. Er ist hier. Ei, ei, ei. Wir müssen aber jetzt mal ein bisschen nach Munition gieren hier. Was war das? Okay. Ja, haben wir hier noch irgendwo Munition? Nur ein bisschen Munition. Ich brauche keinen Tipp. Guck mich nur um. Auch kein Schatzi oder sowas? Lol. Ja, schön. Ah, guck mal hier. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das wären auch noch Munition. Okay. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Nice. Immer her damit. Hier ist er. Hier ist er. Ja, dann müssen wir mal drehen. Schaffen wir das zu zweit? Wir machen doch schon. Wasserfall? Aha. Da guckt mal einer schau. Auf einmal spawnen hier so viele... Oh mein Gott. Okay, okay. Spiel, ich habe schon verstanden, was du mir sagen willst. Auf einmal sind da wieder Waffen für Munition, ne? Jeder weiß warum. Pistole haben wir voll. Ja, gut. Auf ins Getümmel. Ja, 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 ja. Jetzt geht es, glaube ich, rund. Also so richtig rund. Wenigstens haben sie was zu tun. Ich hoffe, sie sterben wenigstens schnell. Siehst du das? Zurück. Was zurück? Wo zurück? Wohin zurück? Hä? Hier runter? Oh. Ja? Nee. Ach, da. Oder? Moment. Aber wir können ja noch ein bisschen Munition snacken. Wie jetzt? Ey, ich wollte nur Munition snacken. Junge. Hä? Der ist nicht gestorben? Oh, come on. Der ist schon wieder zwei Zähne. Gibt es doch gar nicht. Hä? Wie konnten wir den treffen? Oh. Oh. Nimm das Schild. Boah. Alter. Oh oh. Oh, hier ist ein Schatz Scheiße Nicht gut Ich glaube, den haben wir Aber da oben ist immer noch einer, ne? Ja Wo bist du? Da Aufhören Hallo Reicht jetzt Gut Ich wäre auch gar nicht im Spiel so böse Unbedingt Wenn wir gegen diese komischen Bigfoots oder Yetis So gar nicht kämpfen müssten Was? Achso Das ist nur ein Wunschdenken Mit ziemlicher Sicherheit Nein, 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 nein Ist das nur ein Wunschdenken Wir müssen mit Sicherheit Gegen diese Viecher kämpfen Aber ich hoffe Die sterben ungefähr so schnell Wie die Wendigos aus dem ersten Teil Dann würde es ja noch gehen Aber ja Die sehen halt ein bisschen stabiler und robuster aus Als die Wendige Deswegen glaube ich da eher nicht dran Okay, Luft ist rein, komm Kannst du so etwas sagen, Nate? Oh, da ist der Eingang Da werden wir jetzt mit Sicherheit nicht einfach so durchspazieren können Mal schauen Oder auch doch Okay Ja, das glauben wir schon Na, am Tod sind wir Hier ist der Elena Der geheime Eingang nach Shambala Ei, 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 ei Ich sehe nichts Ich sehe nichts